Hallo Petros, wir sind zurück und jetzt haben wir großartige Neuigkeiten für Gladbach. Mit dem neuen Trainer Gerardo Seohane öffnet sich eine große Tür für schweizerische Spieler, um dem Team von Borussia beizutreten. Und es gibt weitere Neuigkeiten, aber um alle Details zu erfahren, abonniere unseren Kanal, aktiviere die Benachrichtigungen und bleibe auf dem Laufenden über alle Neuigkeiten und Neuzugänge in Gladbach. Der erste Schweizer Trainer seit Lucien Favre ist im Borussia-Park angekommen und die Gerüchte um mögliche neue Spieler aus der Alpennation nehmen nicht ab. Im Gegenteil. Der Schweizer Markt ist sehr interessant für die Bundesliga. Gladbach hat immer sehr gute Erfahrungen gemacht mit Schweizer Spielern. Im Rahmen der Ankündigung, dass Landsmann Seohane wieder im Rheinland anheuert, wurde wieder ein Name bei Borussia ins Spiel gebracht, der auch in der Vergangenheit schon einmal Thema war. An Leonidas Stergio soll bereits in der Vergangenheit interessiert gewesen sein. Im Winter 2020, damals war noch Marco Rose Borussia Coach, gab es zuerst Medienberichte in Seohanes Heimatland, dass Gladbach an einer Stergio-Verpflichtung interessiert sei. Ich glaube, dass mit der Ankunft von Gerardo Seohane eine große Chance besteht, dass Leonidas Stergio und andere talentierte Schweizer Spieler nach Gladbach kommen. Positive Nachrichten für Borussia Gladbach lassen wir uns hoffentlich auf eine Saison voller Siege und Erfolge für die Petros einstellen. Und was denkst du? Bist du optimistisch bezüglich der neuen Verpflichtungen? Schreib es in die Kommentare. Eine Umarmung und bleib dran. Bald bringe ich mehr Neuigkeiten für dich.